Guten Tag und herzlich willkommen in der Praxis für gesundes Leben in Berlin-Prenzlauberg. Mein Name ist Philipp Nedelmann, ich bin Heilpraktiker und Osteopath. In meiner Praxis haben wir uns spezialisiert auf chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Erschöpfung Burnout, Reizdarm und andere Darmerkrankungen, aber auch Bluthochdruck, Diabetes und Schilddrüsenprobleme. Mittels einer ausführlichen Anamnese, physischen Untersuchungen und moderner Labordiagnostik gehen wir ihren Problemen auf den Grund, um Ursachen statt Symptome zu behandeln. Eine Therapie bei uns hat grundsätzlich drei Säulen. Eine individuelle Ernährungstherapie, eine laborkontrollierte Mikronährstofftherapie sowie Infusionsbehandlungen und moderne Gerätemedizin. Durch regelmäßige Fortbildungen entwickeln wir unser ganzheitliches Diagnostik- und Behandlungskonzept stets weiter. Melden Sie sich gerne für einen Termin, wir freuen uns auf Ihren Besuch.